Liebe Trader, im heutigen Video möchte ich euch eine kompakte Ein-Monitor-Desktop-Anordnung vorstellen, mit der ihr das Marktgeschehen voll im Blick habt. Die Livermore-Schule besagt ja grundsätzlich, dass man Marktentwicklungen nicht vorwegnehmen sollte, sondern geduldig auf neue Impulse warten und dann aber sofort reagieren. Was können das für Impulse sein? Wir sprechen hier zum Beispiel von einer relativen Stärke. Das kann ein Marktimpuls sein. Dann natürlich ganz, ganz wichtig, Nachrichtenimpulse. Die meisten starken Rallys sind auf neue, bedeutsame Nachrichten zurückzuführen. Ein weiterer Marktimpuls kann zum Beispiel sein, ein gut funktionierendes Chartmuster, ein Signal, das gerade mit einer überdurchschnittlich hohen Trefferquote einhergeht oder zum Beispiel auch eine auffällige Branchen- bzw. Sektorstärke. Und mit diesen verschiedenen Anordnungen versuche ich gezielt auf diese verschiedenen Arten von Marktimpulsen reagieren zu können. Wir arbeiten uns von links nach rechts durch und wir beginnen mit den Echtzeitkurslisten. Echtzeitkurslisten sind wirklich elementar. Kann ich nur empfehlen, mit diesen zu arbeiten. Ich habe in der Regel immer zwei Echtzeitkurslisten offen. Die erste Kursliste sortiere ich nach den Top-Gewinner-Aktien. Die zweite Kursliste sortiere ich nach den größten Verlierer-Aktien. Und ich frage mich dabei immer stets, was steigt und warum? Beziehungsweise was fällt und warum? Ich versuche die Ursache dieser Kursentwicklung zu ergründen, ein Verständnis zu entwickeln und wenn ich dann verstehe, was hier gespielt wird, kann ich von einer solchen Entwicklung neue Trading-Szenarien ableiten oder zum Beispiel auch diese Aktie speziell mit einer viel größeren Überzeugung handeln. Was ich hier tunlichst auch empfehlen kann, ist bei den Echtzeitkurslisten mit der Alarmkonfiguration zu arbeiten. Diese finden wir hier über diese Alarmglocke und diese ist in jeder Kursliste verfügbar. Mit dieser Alarmkonfiguration haben wir die Möglichkeit, eine Kursliste unserer Wahl systematisch zu überwachen. Zum einen auf technische Signale, wir können aber auch hier noch das Nachrichtenuniversum hinzunehmen. Extrem wichtig, ein sehr großer Vorteil. Zum Beispiel interessieren mich grundsätzlich immer Vorstöße auf neue Jahreshochs. Egal, ob wir uns in einer bullischen Marktphase befinden oder auch in einer bärischen Marktphase. In einer Korrekturphase bzw. in einem Bärenmarkt erhalten die Ausbrüche auf neue Jahreshochs eine noch größere Bedeutung. Dann zum Beispiel auch starke Kursanstiege größer 5% oder auch starke Kursverluste um mehr als 5%. Sollten wir jetzt in eine ausgeregtere oder mehrtägige Korrekturbewegung übergehen, dann interessieren mich vor allem die Aktien, die überproportional stark an Kurswert verlieren. Dann schaue ich, gibt es hier Nachrichten dafür und wenn diese Abverkäufe unbegründet sind, wenn keine neuen Nachrichten dafür verantwortlich sind und dieser Abverkauf in erster Linie einem schwachen Gesamtmarkt geschuldet sind, dann sind das erste interessante Rebound-Kandidaten. Und indem ich dann hier den Reiter setze, bekomme ich sofort alle Aktien angezeigt, die eben um mehr als 5% verlieren und das hat auch den Vorteil, ich muss nicht den ganzen Tag hier im schwachen Marktumfeld systematisch immer nur mein Augenmerk hier auf die Verliereraktien richten. Sobald eine Aktie stark fällt, bekomme ich es angezeigt und weil Rebound-Trading nach eigenen Gesetzmäßigkeiten läuft, aber hier wirklich das Timing ein entscheidender Faktor ist, habe ich hier einen sehr großen Vorteil und übrigens diese Einstellungen kann ich mir dann auch über die TraderFox Pro-App entsprechend bei Push-Notification auf dem Smartphone anzeigen lassen und zum Beispiel auch eine kleinere Watchlist mit Aktien, die ich zum Beispiel aktuell im Depot habe oder wo ich unmittelbar vor dem Kauf stehe, die kann ich mir dann zum Beispiel auch noch mit dem Nachrichtenuniversum überwachen lassen, zum Beispiel mit dem DPA IFX Pro Feed, sprich wenn eine neue Nachricht kommt, dann werde ich auch hier entsprechend sofort darüber informiert. Also hier immer Top-Gewinner, Top-Verlierer im Blick haben, gerne nehme ich dann auch hier immer noch die relative Stärke auf Stundenbasis hinzu. Das Kriterium finden wir hier rechts unter relative Stärke, dann hier 1H steht für Stunde und hier sortiere ich auch immer fortlaufend. Wenn ich hier nach der höchsten relativen Stärke sortiere, sehe ich immer sofort, wo am Markt aktuell der Kaufdruck mit am größten ist. Dann natürlich von essentieller Bedeutung die Nachrichtenkomponente. Wie schon anfangs erwähnt, bedeutsame Kursanstiege sind in der Regel immer und immer wieder auf bedeutsame Nachrichten zurückzuführen. Das können markante Buy- oder Sell-Ratings sein, das können markante Insider-Käufe bzw. Verkäufe sein, eine kurzfristige Prognoseerhöhung oder allgemein gute und schlechte Zahlen. Und mit Hilfe hier der DPA Price Reactions kann ich dann auch sofort morgens in der Vorbereitungsphase schauen, was gibt es für markante Nachrichten, die auch wieder sofort eine Preisreaktion in den einzelnen Aktien auslösen. Ich arbeite hier mit dem DPA AFX Profit in Kombination eben mit den Price Reactions. Das heißt, ich habe hier einen Scanner, den ich hier aktiv auf das Nachrichtenuniversum ansetze. Auch wirklich ein extrem wertvolles Tool, vor allem an Tagen, wenn wir in der Quartalsberichtssaison unzählige Berichte haben, wo wir einfach auch nicht die Zeit haben, diesen jeweils komplett durchzulesen. Mit Hilfe der Price Reactions habe ich sofort die relevantesten Nachrichten im Blick und stelle damit einfach auch sicher, dass ich keine markante Nachricht übersehen habe. Dann auch wiederum essentiell für das aktive Handelsgeschehen über den Tag ist einfach der Trader Wingman. Natürlich sind Echtzeitkurslisten wichtig, aber die Informationen, die ich mit dem Trader Wingman erhalte, kann ich oft einfach nicht aus den Kurslisten herauslesen. Zum Beispiel heute Morgen, okay, Rocket Internet zeigt Stärke. Das sehe ich auch noch aus der Kursliste heraus, aber wenn ich mir dann hier den Chart anschaue von einer Rocket Internet, dann sieht man, dass hier womöglich eine bedeutsame Bodenbildung beendet wurde oder dabei ist, beendet zu werden. Ich wechsle mal noch in den Wochenchart. Also das sieht konstruktiv aus. Wir befinden uns im Jahresanfang. Auf Platz bin ich verrutscht. Das Marktumfeld ist bullish. Da möchte ich natürlich solche Breakouts auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und durch diese aktive Verlinkung aller meiner Fenster, ja, ich habe jedem Fenster hier die 1 zugeordnet, bekomme ich dann zum Beispiel auch hier im dphafxprofeed sofort nur noch alle relevanten Nachrichten bezüglich einer Rocket Internet angezeigt. Das ist auch wiederum ein sehr schönes Feature, das mir Zeit spart. Und dann studiere ich diesen fortlaufend über den Tag, achte auf die Reports, schaue mir die Zusammenfassungen an und beobachte eben, wie werden neue Ausbrüche angenommen, werden sie abverkauft oder werden sie mit Anschlussgewinnen quittiert. Das sind alles Beobachtungen, die ich verarbeite und die dann letztendlich auch Einfluss auf neue Tradingmanöver nehmen. Und dann natürlich darf auch die tägliche Watchlist nicht fehlen, die in der Regel immer aus den täglichen Routine-Scans resultiert. Ja, einfach Aktien, die mit einem Bullchart überzeugen können, zum Beispiel eine PSI. Wir hatten jetzt hier zuletzt diesen Anstieg. Jetzt befindet sich die Aktie in der Konsolidierung. Sollte das Marktumfeld bullisch bleiben und dann auch PSI hier zeitnah des Jahres hoch herausnehmen, dann wäre das zum Beispiel wiederum ein interessanter Trading-Kandidat, zumindest für eine mehrtägige weitere Rallye-Bewegung. Und mit dieser Komposition an Tools, die ich dann gerne auch mal von unterwegs mit dem Laptop lade, stelle ich wirklich sicher, auf sämtliche Marktimpulse sofort reagieren zu können.